Damit begrüße ich zu einem weiteren Video. Mein Name ist Marco und heute stelle ich dir mein Lego Depot vor und wie es sich im Monat Juli 2020 entwickelt hat. So, dann springen wir direkt rein in die Datei. Ich habe wie immer wieder alle Sets ja quasi dokumentiert. Also man sieht hier den Preisverlauf von März. Da habe ich quasi das erste Mal ein Video dazu gedreht und habe hier die Performance getrackt. Und man sieht dann eben die Entwicklung bis hin zum aktuellen Preis, eben im Juli. Ich habe wie immer ja reelle Verkäufe und die aktuellen Angebote auf Ebay genommen und da einen Mittelwert rausgebildet. Es ist immer der günstigste Preis. Warum nehme ich immer den günstigsten Preis? Das hat den folgenden Aspekt, dass ich quasi noch Versandkosten draufschlage und die Gebühren auf den Käufer umwälze. Deswegen bin ich als gewerblicher Händler auf Ebay nie der günstigste, aber immer noch eben so preiswert für einen Käufer, dass er lieber zu mir als gewerblichem Händler geht, weil er hier Ebay-Garantie hat, Ebay Plus, ein längeres Widerrufsrecht hat und hier einfach bei einem, ja letztendlich Händler einkauft. Und diesen Bonus letztendlich, dass ich ein seriöser Händler bin, schlage ich eben mit auf den Preis drauf. Deswegen kann ich hier erstmal ohne Gebühren und Versandkosten rechnen, weil ich eben einfach den günstigsten Preis nehme. Aber für diesen Preis würde ich den Artikel gar nicht einstellen. Was dann die reellen Zahlen am Ende sind, sehen wir dann erst, wenn ich nach einem Jahr oder auch ein bisschen mehr nach einem Jahr, vielleicht auch nach zwei oder erst drei Jahren, wie gut sich die Artikel verkaufen, sehen. Aber das ist eine Prognose, die ist relativ genau und ja, es wird sich eben mit der Zeit anzeigen. Da kann man dann auch nach und nach eine Versandkostenpauschale mit einfließen lassen oder eine Gebührenpauschale, wenn man weiß, okay, so und so viele verkaufe ich auf Ebay, so und so viele auf Kleinanzeigen, dann habe ich das im Schnitt in meine Gebühren, die meisten holen es ab oder wiederum 50% holen es nicht ab und dann kann man da einen Schnitt bilden, aber aktuell ist es eben noch nicht möglich und ich versuche eben primär meinen Artikel auf Kleinanzeigen zu verkaufen und dementsprechend habe ich keine Gebühren und keine Versandkosten, denn die zahlt eben der Käufer. Genau, wie immer, ich will nicht jedes Set einzeln ansprechen, aber ich werde hier einfach mal langsam ein bisschen durchrollen, das ein oder andere Wort verlieren und dann kannst du zu Hause selber schauen, okay, das Set hat sich gut entwickelt, das war ein bisschen schlechter gelaufen und dann scrollen wir einfach mal durch. Was natürlich immer sehr schön auffällt, ist hier das Lego Architecture House zum Beispiel, das habe ich ja dreimal gekauft und ja, der Artikel ist natürlich sehr gut gelaufen. Auch bei den Prickheads bin ich sehr verwundet. Klar, ich habe Cashback bekommen und GIFP-Purchase-Aktionen, deswegen habe ich die Prickheads deutlich günstiger bekommen und von dementsprechend aus könnte man sie jetzt theoretisch mit Gewinn schon verkaufen. Ich habe ja bereits einen verkauft, das sieht man da hinten, den habe ich letztendlich auch schon mit 5,90 Euro Gewinn verkauft, das muss man überlegen. Der Einkaufspreis war 10 Euro minus Cashback, das heißt, ich habe letztendlich für diesen Artikel halt einfach 50%, das sind 65% Gewinnmarge und das ist halt sehr schön. Dementsprechend sind das nicht ganz unrealistische Zahlen, die ich hier nehme, sondern ich verkaufe für diese Zahlen auch wirklich in meinem Shop Artikel und dementsprechend finde ich die Zahlen hier gerechtfertigt. Genau, aber spannend wird es natürlich hier, die GIFP-Purchase-Aktionen, die bringen auch mittlerweile schon den 1 oder 2 Euro mit nach Hause, vor allem die Weltraum-Rakete, die man ja auch hier im Hintergrund sieht, die man ja auch aktuell gewinnen kann, also wer es noch nicht mitbekommen hat, das Gewinnspiel läuft noch bis diese Woche Freitag, das heißt bis morgen könnt ihr noch einmal Oh, da ist gerade Verpackungsmaterial untergefallen, diese Rakete hier gewinnen und diesen schönen Brickhead hier, der ist also 2018 End of Life, da gab es nochmal eine kleine Welle, da habe ich dann nochmal zwei Stücke gegattern können, einen verlose ich an euch und dazu habe ich dann noch dieses GIFP-Purchase bekommen und das bekommt ihr auch verlost. Dementsprechend, wenn du Lust hast, teilzunehmen, ich packe dir mal hier, da in die Ecke meinen Instagram-Namen rein und dann kannst du gerne vorbeischauen und teilnehmen. Etwas Glück gewinnst du diese beiden Sets. Genau, dann machen wir weiter. Ja, das Hot Rod GIFP-Purchase, beziehungsweise auch das, ja, ist auch ein solider Preis, also etwa in der gleichen Kategorie. Was ich ein bisschen schade finde, war dieses Evo-Pack, was man dazu bekommen hat. Und das ist nicht so gut gelaufen, aber letztendlich, ja, sehen wir das gleich hier, wenn ich mal in meine Gekauft-Übersicht rübergehe, weil man sieht, ich habe doch durchaus das ein oder andere Set, wenn man mal von hier nach hier geht, diesen Monat eingekauft und es sind noch nicht alle vollständig bei mir angekommen, aber die sind eben alle schon unterwegs oder werden gerade zugestellt. Das heißt, ich packe die alle schon in diesen Monat mit rein. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Das habe ich gemacht, um GIFP-Purchase-Aktionen mitzunehmen und zwar, wie gesagt, diesen Cyborg-Prickhead, den ich bereits angesprochen habe. Den habe ich eben erworben, den habe ich zweimal, wie gesagt, gekauft. Einmal habe ich ihn jetzt hier eingelagert und einmal verkaufe ich ihn oder in jedem Fall verschenke ich ihn an euch wieder. Dann habe ich dreimal das London Architecture Set mitgenommen. Das gab es bei Amazon. Spanien oder Italien gab es da mal eine Aktion. Da gab es das dann, ja, für wie ihr seht, 24,15 Euro. Und ein aktueller Preis sind auch durchaus 30 Euro. Also, das heißt, da habe ich schon mal einen guten Rabatt bekommen und auf die UVP selbstverständlich auch. Genau. Dann gab es bei, also jetzt kommen die nächsten Käufer und zwar diese hier. Das war quasi eine Lego-Bestellung. Das heißt quasi ein GIFP-Purchase von diesem Evo, ein VIP-GIFP-Purchase, ein 12 in 1 GIFP-Purchase, eine Weltraumrakete und das Teamwort Willi. Ja, das war eine richtig geile, ja, Aktion. Ich poste auch immer, wenn ich solche Pakete dann von, ja, Lego zum Beispiel bekomme, auf Instagram. Das heißt auch da gerne einfach reinschauen. Und dadurch habe ich nicht zweimal den Artikel bekommen. Den zweiten habe ich dann bei einer anderen Bestellung bekommen jeweils. Aber das war schon eine echt coole Bestellung, weil ich habe hier 87 Euro bezahlt, bekomme ja noch circa 3% Cashback, aber die wurden noch nicht gut geschrieben, also sind sie hier noch nicht mehr drin. Und habe dann quasi, ja, vier Artikel gratis dazu bekommen. Wobei man sagen muss, dass es VIP-GIFP-Purchase kein GIFP-Purchase war, sondern man hat es quasi, ja, wenn man Lego-VIP angemeldet ist, was jeder werden kann, das ist kostenlos, dann sammelst du beim Kauf VIP-Punkte. Geht es manchmal doppelt, manchmal einfach. Und das ist quasi nochmal wie ein Cashback bei Lego, was du entweder in Form von Gutscheinen dann einsetzen kannst, also du kaufst dir dann von 10.000 Punkten zum Beispiel einen Gutschein, oder du kaufst dir dann solche, ja, VIP-Geschenke. Und das habe ich eben gemacht. Und das ist dieser Artikel hier, der hat aktuell einen Marktwert von 10 Euro. Man müsste mal schauen, wie viel ich in Form von VIP-Punkten quasi bezahlt habe für den Artikel. Aber letztendlich ist es ein cooler Artikel und ich bin mal gespannt, wie der sich entwickelt. Genau. Dann machen wir weiter. Die nächste Bestellung war, wie gesagt, das Prickhead Cyborg, das Steambot Willi, beziehungsweise noch die Freiheitschartung. Also das war nochmal eine große Bestellung und da gab es dann auch nochmal den Speed Champion oder das 12 in 1 GIFP-Purchase dazu. Also, kann ich mich auch nicht beschweren und ich habe ja auch gesagt, ich will das Steambot Willi öfters einlagern und dementsprechend habe ich es jetzt hier das zweite Mal mitgenommen. Es werden wahrscheinlich noch zwei, drei Folgen, aber da muss ich dann mal schauen, ob ich die vielleicht nochmal mit einer GIFP-Aktion günstiger bekomme. Genau. Meine nächste Bestellung war dann ein Diva Reinhardt, inklusive Goofy, um eben diesen Sammelrahmen zu bekommen. Das war auch eine ganz nette Bestellung, auch wenn es mit Diva Reinhardt immer ein bisschen, also das war ein bisschen ein Kampf, das zu bekommen, weil es war dann out of stock, da wurde es nachbestellt und dann kam es irgendwann bei mir an und ich war heilfroh, dass es ganz bei mir angekommen ist, weil es war eben ein Restpost und wenn es kaputt gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich umtauschen können, aber dafür habe ich es dann für 33 Euro erhalten. Wie gesagt, den Sammelrahmen als GIFP-Purchase bekommen und aktuell ist das Set ja nicht mehr bei Lego erhältlich, soweit ich das noch auf dem Schirm habe oder zumindest im aktuellen Zeitpunkt ist es nicht erhältlich und dementsprechend hat es sich auch schon um 10 Euro weiter wegbewegt vom Einkaufspreis. Genau. Sammelrahmen muss man mal schauen, der war zwischendurch auch mal 30 bis 40 Euro wert, hat sich jetzt auf 25 eingependelt, weil es eben mehr Sammelrahmen gibt, weil es eben eine Grados-Aktion war, aber sobald die ganzen abverkauft sind, wird auch dieser Preis ja ein bisschen steigen und dann kann man den Sammelrahmen am Ende des Jahres auch etwas teurer verkaufen. Genau. Dann habe ich mit dem Kollegen hier aus der Reselling-Szene, also Spiele, Warn-Investments und Reselling, heißt er, geschrieben. Ich verlinke dir auch gerne mal seinen Kanal unten. Schaut gerne mal rein, der macht auch Videos eben in die gleiche Richtung wie ich. Ich habe ja noch ein bisschen mehr Aktienlastik hier auf dem Kanal, aber er macht eben gezielt Spielwaren-Investments oder auch Reselling und da kann man sich auch einige Videos anschauen. Er macht auch sehr viele Analysen, wenn ihr also gezielt für einen Artikel-Analyse sucht, gerne mal reinschauen. Und mit ihm habe ich geschrieben und er meinte, ja, dass es jetzt verschiedene Outsets im Angebot gibt, weil die eben jetzt vom Markt genommen werden nach und nach und dann habe ich eben die Chance genommen, um hier zuzuschlagen und habe dann nochmal dreimal Tracer Widowmaker bekommen, auch bei einem Amazon Spanien, Italien, irgendwo im Ausland. Wie gesagt, ihr könnt da ganz normal bestellen mit eurem Amazon.de-Account. Das ist also kein Problem. Wir müssen nur schauen, dass ihr keinen Prime-Versand habt. Das heißt, ihr müsst über diese 29 Euro kommen, damit die Bestellung kostenlos ist beziehungsweise manchmal müsst ihr sie auch komplett bezahlen, die Lieferung. Aber trotz dessen habe ich dann mit quasi, ja, 10,95 Euro immer noch ein Drittel ungefähr, ja, Rabatt bekommen auf die UVP und das ist natürlich sehr schön und das merkt man natürlich auch, wenn jetzt der Artikel bereits schon über 20 Euro, also über die UVP steht, dass ich hier, ja, schon eine sehr gute Rendite einführen konnte. Dann habe ich das Watchpoint Gibraltar oder Gibraltar-Set noch zweimal bekommen bei Lego im Sale. Da gab es das dann auch für, seht ihr, 60 Euro, UVP 90, also auch 30 Euro, in dem Fall Rabatt. Danach habe ich mir das Omnic Bastion-Set fünfmal zugesichert. Das gab es beim Blizzard Gear Store, also direkt, ja, letztendlich von, ähm, Blizzard, weil Blizzard letztendlich hier, ähm, diesen Bastion, also ist ja ein Overwatch-Charakter, eben aufgelegt. Und die haben sich quasi nochmal so eine exklusive Figur gesichert, die sie bei sich im Shop verkaufen können. Ähm, und demnach habe ich mir die auch fünfmal gesichert. Das Problem ist hier, dass davon drei beschädigt sind. Ich schreibe aktuell mit dem Support noch hin und her. Es wird sich also zeigen, ob die drei Artikel, ähm, dann ausgetauscht werden, die ich sie ganz erhalte oder vielleicht fallen sie auch nächsten Monat dann raus und dann werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie das weitergeht. Und dann kamen jetzt die letzten Tage noch fünfmal Dorado-Showdown an. Und dementsprechend habe ich dann schon mal einige Overwatch-Sets hier eingelagert und bin sehr zufrieden. Es wird sich dann wie gesagt zeigen, wie gut diese Serie läuft, ob man mit dieser Serie viel Geld verdienen kann. Vielleicht, wenn Overwatch 2 rauskommt und einige Fans eben merken, oh, da gab es ja mal noch Overwatch-Sets bei Lego, ich stelle mir mal sowas ins Regal, weil es ist dann doch für solche Spiele-Sammler, die stellen sich gerne exklusive oder stellen sich eben gern was ins Regal oder haben gern mal irgendwie so eine Lootbox, so eine Legendary-Box, irgendwas zum Greifen. Ähm, wie man jetzt auch zum Beispiel diese Cyberpunk-Version sieht. Also man könnte ja auch eine ganz normale Xbox kaufen, aber man könnte sich eben auch diese Spezial-Edition kaufen. Und so ist es für manche eben auch, die sagen, okay, ich bin jetzt ein Fan von einem Bastion, dann kaufe ich mir jetzt eben diesen Omnic Bastion und den gibt es jetzt nicht mehr im Shop, also gucke ich mal auf Ebay und dann kauft die Person im besten Fall den bei mir. Genau. Dann hast du es eben schon gesehen, hier bei Bilanz führe ich einmal auf. Es sind jetzt aktuell 78 Artikel, die ich eingelagert habe mit einem ungefähren Einkaufspreis von 1.660 Euro. Davon sind dann durchaus 23 Euro Cashback bereits mit eingeflossen, die schon ausgezahlt wurden. Und dementsprechend ist mein eigentlicher Einkaufspreis 1.647 Euro 98. Hier sind dann auch schon mal die ersten, ja letztendlich, Versandkosten mit reingeflossen in diese Rechnung, dass das hier auch wirklich alles transparent ist. Also wenn ich was verkaufe, kommt das immer hier hin. Aber aktuell verkaufe ich oder habe ich nichts eingestellt, dementsprechend verkaufe ich nichts. Aber das waren eben Artikel, wo Kunden bei mir was abgeholt haben und im Lager gesehen haben, oh, der sieht nice aus, kann ich den mitnehmen. Dann habe ich halt den Artikel einfach für einen guten Preis mitgegeben, beziehungsweise er hier hat mich gezielt angefragt, ob ich den auf Lager habe und hat den dann bei mir gekauft. Von daher bin ich damit super zufrieden und mache das einmal, weil es natürlich auch Geld gebracht hat und damit der Kunde auch ein bisschen merkt, okay, in dem Shop gibt es mehr Artikel, vielleicht bestelle ich dann nochmal oder frage gezielt an. Das habe ich auch mittlerweile, dass Kunden mich anschreiben und sagen, hey Marco, ich suche den und den Artikel, könntest du mal die Augen aufladen oder hast du den im Lager liegen, bekommst du an den günstiger und in den meisten Fällen kann ich dann den Artikel gezielt für den Kunden einkaufen und habe dann von vornherein quasi schon eine kalkulierte Marge und das ist dann eine sehr spannende Situation für mich und für den Kunden auch, weil der sagt quasi, er will den für den Preis, ich schaue, wenn ich ihn bekomme mit Marge für mich, bekommt er ihn direkt und hat selber keinen Stress bei der Recherche. Also, wie gesagt, man muss da immer ein bisschen offen sein und auch auf den Kunden zugehen, dass der Kunde merkt, oh ja, hier wird ein Support oder ein sehr guter Service geboten und dann kannst du den Kunden sehr gut binden und kannst dann auch mehr oder bessere Preise verlangen als ja letztendlich vielleicht ein Amazon-Shop oder ein anderer Konkurrent auf Ebay und der Kunde kauft trotzdem bei dir, weil er deinen Shop kennt, deinen Namen kennt und weißt, du lieferst ja vernünftig ab. Aber jetzt ein bisschen abgeschweckt, ich habe jetzt mal hier kurz geschaut, wo wir jetzt gerade sind, wir sind gerade bei 811,51 Euro, das entspricht also immer noch einer Rendite von 50%, bin ich absolut zufrieden. Wenn man sich anschaut, gab es dann hier eine Nettoentwicklung von 300 Euro natürlich, logischerweise sind da auch die ganzen Käufe mit drin, aber das ist natürlich doch dann schon mal eine sehr nette Entwicklung, wenn im Endeffekt dann 301 Euro mehr auf deinem fiktiven Lego-Konto sind, natürlich auch maßgeblich dadurch beeinflusst, dass sich diese ganzen Gratisartikel bekommen habt, deswegen sage ich auch immer, versucht, wenn es Gratisartikel bei Lego gibt und ihr gerade ein, zwei Artikel habt, die ihr sowieso kaufen wollt, macht es mit der Gratisaktion ihr Vater immer sehr gut und wenn man dann mal, wie ich zum Beispiel, ein C-Bot Willi kauft für gerade einmal 87 Euro und dann zwei oder drei Gratisartikel dazu bekommt und die jeder nur ein Zehner wert wären, am Ende, dann hättest du trotzdem nur letztendlich 57 Euro bezahlt oder vielleicht noch ein bisschen weniger und hättest dann einen richtig guten Einkaufspreis bekommen oder in dem Fall hast, weil ich habe es ja gemacht, diese Aktion und das kann ich auf jeden Fall jedem nur ans Herz legen. Genau. Und jetzt nochmal, wollte ich mal kurz sagen, dass ich jetzt gerade dabei bin, mal eine kleine, ja, Bestandsliste zu machen, welche Serien, Sets und habe ich, was würde ich mir gerne nochmal einkaufen, also du kannst gerne pausieren und dir das dann anschauen, das ist die Liste aktuell und ich werde dann dazu nochmal ein gezieltes Video machen, wo ich dann drüber spreche, was dann die nächsten Einkäufe und Verkäufe sind, also eine kleine Lego-Watchliste, ja, fertig machen, wenn eben hier alles ausgefüllt ist, ihr seht, hier sind noch ein paar Lücken und die UVPs fehlen noch, die ganzen Preiswerker fehlen noch, also es wird alles noch ein bisschen dauern, aber ich freue mich drauf und ich finde, dass, ja, Lego Investing wirklich eine schöne Sache ist, man kann wirklich sehr viel damit anstellen, man kann sehr viel Zeit investieren, man kann aber auch sehr viel Geld verdienen, vor allem, wenn man eben die Artikel, ja, teilweise 30, 25, 40 Prozent unter der UVP kurz vor Einstellung, ja, kauft, dann kann man den Artikel manchmal sogar schon ein bis zwei Monate später für die UVP wieder einstellen und hat dann dementsprechend diese 40 Prozent, die man vorher an Rabatt bekommen hat als Gewinn und wenn man dann noch ein bisschen geschickt ist, was es, ja, wie man sich platziert im Markt als Händler, kann man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr verlangen und hier dann sehr entspannt und sehr gute Renditen einfahren. Ich freue mich, wie gesagt, dass du eingeschaltet hast und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann will du kein weiteres Video mehr verpasst. Ja, dann verlinke ich dir hier ein weiteres Video, hier meinen Kanal, klick gerne drauf und schau dir jetzt ein neues Video an, damit wünsche dir noch eine finanziell erfolgreiche Woche, bleib gesund, wir sehen uns am Donnerstag um 18 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr oder kommen jeweils neue Videos. Bis dann, auf Wiedersehen.